Ein Schummelzumorgen Deutschland. Neue Nachrichten. Ich bin hier im Boxring. Hier sind zwei Jungs, die wollen heute mal toasten für die Abkühlung. Lass mich hinterm Rücken. Danke für mein Schatzen. Ich glaube, du wohnst stark. Danke, Lach. Vielleicht hole ich dich in den Ring rein. Lass mich mit dem Lach, da kannst du die Zähne aufsammeln. Hey, hey, hey! Gleich springen gegen Jonsson, Mama! Wer wäre doch für Hamburg! Eine Runde, eine Minute! Aber die Ringe bleiben dran. Weiter machen. Hier sind zwei Jungs, die wollen heute toasten für die Abkühlung. Einmal hier bei Hamoud, selbstpersönlich. Grüßt, persönlich! Grüßt! 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 Von rechts, rechts! Und hier einmal Jam TV. Was geht ab, ey? Ihr wart ja eigentlich die Beste. Kannst du mal ruhig sein, ich will jetzt zu Ende reden. Hier! Die Jungs sind bereit. Ich hoffe, du bist bereit. Bereit! Ich bin mal gespannt. Also viel Spaß mit der Show, Leute! Und tschüss! Begrüß euch! Küss euch links, rechts! Ja, bereit? Ja! Einsteigen! Warte mal, ich werde Becci rechen! Ich werde Becci rechen! Ich werde Becci rechen! Ich werde Becci rechen! Nein! Ich habe ein Koma! Ich habe ein Koma! Ich habe ein Koma! Ich war ein Koma! Viel Spaß mit. Gebirge! Gebirge! Arme, wir kommen! Lass, 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 lass. Immer mal! Mach jetzt da! Ja, weiter! Ja, wir kommen! Weiter! Jo! haben wir da? Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen jetzt! Ja! 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 Ich bin nicht. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir kommen jetzt! Ja, wir kommen jetzt! Langsam, langsam! Wir kommen jetzt! Wir kommen jetzt! Noch ein, noch ein, noch ein! Schaubein, Schaubein! Ja, der Rimmel! Letzte 2 in Stunnel! Raus! Break! Unsere Punkte Richter sagen ihre Meinung jetzt. In der blauen Ecke JamTV. Und in der roten Ecke... Waha! Ein riesen Applaus für JamTV und Waha! Ein sehr, sehr, sehr schöner, vorsichtiges Kampf! Vielen Dank! Leute, es kommt nicht darauf an! Ob ihr krass seid, gewinnt oder verliert, es kommt darauf an, dass hier in diesem Ring steht und euren Mann steht. Ich bin hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen, nicht um irgendjemanden kaputt zu schlagen oder auf die Fresse zu holen. Oder irgendwie meine Stärke auszuheben. Wie die meisten wissen, ich habe so einen kleinen schlechten Ruf bekommen, wegen der Sachen mit Alexanderplatz. Und ich wollte nur den Leuten zeigen, von meiner besten Art und Weise, dass ich auch ein anderer Mensch bin. Und ich hoffe, die meisten sehen das auch. Viele sagen, ich lebe mich nur mit Schwächern oder so. Ist egal, es hat keine Ahnung wer drin ist, ich habe ihnen mein Wort gegeben. 10 Kilometer, 10 Kilometer, Jaha ein Gikom! Danke für uns noch mal.